Musik Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims für Let's Play Folge. Ich bin Daniel von Simfancy und letztes Mal haben wir hier ein Hochzeitsparadies hier geschaffen. Ja, mit ganz viel Feuerfackeln und natürlich dem Hochzeitsbogen. Ja, ein bisschen vollgestellt, ich gebe es zu, ein bisschen bunt. Habt ihr schon recht, aber mir gefällt es. Hallo, was macht ihr denn? Letztes Mal habt ihr ein Baby gemacht. Nö, was plaudert du mit dem Typ hier? Lass den mal in Ruhe hier. Komm, wir gehen mal da rüber und ich würde mal sagen, dann gucken wir mal, dass wir hier nochmal, oder was heißt nochmal, überhaupt mal den Antrag machen. Oh, du hast Hunger? Komm, dann macht ihr mal ein Festessen. Festessen, kochen. Wir machen mal, oh, was ist er denn? Was ist er denn hier? Schwein, Truthahn, Inselgemüse. Müssen wir das machen? Ja. Machen wir das? Komm, Angela, macht uns was zum Essen, bis der Noel hier ankommt. Letztes Mal war auch der Liebestag und die haben im Wasserfall, haben die ein Baby gemacht. Das ist schon schlecht. Wir haben noch nicht geguckt, ob du schwanger bist. Dafür finden wir das ja mal raus. Hier ein bisschen kühl, hungrig. Ja, ist wieder kühl und bewölkt und windig auch noch. Kannst du dich hier wärmen an dem Ding? Abhängen. Probier das mal. Jetzt machst du hier nochmal was zum Essen. Jetzt warte mal ab. Komm, warte mal ab hier. Ja, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Also ich nehme mal an, die ist schwanger, wenn die jetzt schon so Anstalten hier macht. Wir gucken das aber mal an. Und dann gehst du mal hier auf das Klo auch. Ich sehe hier schon, dass du rot bist. Uiuiui. Ja. Wer schaukelt denn hier? Hallo? Wer bist du? Wo kommst du her jetzt? Mädchen. Ein Mädchen, ein Mädchen. Kann man die so schlecht antatschen, wenn man die schaukelt. Ne? Warte, bleib mal hier stehen. So. Wikinu Niu. Sehr gut. Uiui. Du wirst schon wieder krank? Ja, Wasserfalltechnelmächtel haben wir da. Eskapaden und alles haben wir da gemacht. Komm, wir hängen mal hier ab und du gehst mal bitte aufs Klo. Genau. So, dann könnt ihr mal die Location so ein bisschen abchecken hier, ne? Ist cool, oder? Noel ist auch braun geworden hier. Wow. Sehr gut. Kann man da das schon einschalten oder so? Ne. Kann man noch nicht. Ja, es fehlen nur noch die Babys, die dann auch im Lunchbecken dann rumzollen können, oder? Ja. Oh, ich liebe diese Fackeln. Die finde ich so toll. So, jetzt gucken wir mal, dass die Angela wieder zurückkommt. Wollt ihr mal eine Sandburg bauen? Das wäre doch hier ganz schön. Oder hier beim Spielplatz. Da könnt ihr eine bauen. Braucht mal hier eine. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Ne, nicht mit der komischen Trulla ja plaudern. Ne, ne. Noelle, die Mädels stehen auf dich, aber nein. Wir bauen hier mal. Wir bauen hier. Oder bauen hier doch hier. Ja, gut, könnt ihr auch hier bauen. Ist mir egal. Also, das Leben ist ein Strand hier. Ja, und dann machen wir den Antrag, würde ich sagen. Ja, ich lasse die Turteldaumen noch ein bisschen spielen. Wir hoffen mal, dass der Vulkan nicht zu schnell ausbricht. Und, ähm, mal gucken, was ihr macht. Wenn ihr Kokett seid, hat das Einfluss auf die Sandburg? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt wieder der grässliche Zwerg raus. Ja, oh, eine Burg hier. Eine richtige klassische Burg wahrscheinlich hier, oder? Sehr cool. Ja. Ich glaube, das wird eine ganz normale Burg hier. Oh, und wie schön. Eine richtig tolle Meerjungfrauenburg, oder? Mit Monsterstampfer zerstören. Dann zieht ihr halt was an. Outfits. Outfit ändern. Und nehmen mal. Guck mal, das ist doch. Das oder da oder die oder hier oder was? Alles so schön. Zieh das mal an. Hier, will ich mal sehen. So, jetzt auch nicht wirklich. Da sieht man den Abdruck, du. Ja, das dauert so lange, das Essen. Na, Noel wahrscheinlich auch hier schon wieder. Nicht hier kochen gehen. Guck mal, ist schon fertig. Jetzt könnt ihr was essen. Dann seid ihr nämlich zufrieden. Du auch. Yay, liebes Tag war erfolgreich. Hallo, Angela, bitte. Nein. 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 Die 5 Simoleons bezahlst du selber hier. Noel hat schon geholt hier. Nee. Hier, Essen. Ein Gericht nehmen. Und du auch ein Gericht nehmen. Ja, kommt. Schön. Schön, schön. Dann müssen wir euch auch noch so ein Hochzeitsoutfit aussuchen. Ich weiß nicht, die ziehen ja immer selber so ein Hochzeitskleid an. Ich weiß nicht, ob man das noch ändern kann in der Stelle ein. Sie müssen aber gehen, oder? Ja, schmeckt gut, oder? Normal. Ja, normal ist okay. Ja, ja. Nee, auch keine Gummiküche. Ja. Wir hätten die Frösche auch sammeln sollen. Ja. 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 Dann könnt ihr mal, ähm, ja, erst mal von Hochzeiten fantasieren. Ihr beiden dann bitte. Und dann können wir da nochmal, ja, so ein bisschen uns die Location angucken. Und dann können sie den Antrag auch machen. Ja, ihr nehmt das Essen mit, ne? Daniel schickt euch schon wieder weg hier. Oh, gut zu wissen. Man kommt da nicht ran. Doch, dein Noel. Du kommst nicht ran, weil Noel hier. Ja, fantasiert. Ja, Noel, oder? Was geht's los? Wir sind gar nicht so lange her, da warst du ein kleiner Pupsi. Du bist so hübsch, Mädchen. Ich finde das voll cool, irgendwie. Sieht gar nicht mal... Ich finde es immer, es sieht so komisch aus, wenn die, wenn die mit hellen Haaren so grauen werden. Bei Angela aber gar nicht. Irgendwie. Wow. Schicke Mille hier. So, und dann können wir doch hier mal, hier mal plaudern. Und dann könnt ihr den Antrag machen. Macht er den Antrag? Wahrscheinlich sagt sie auch noch nein hier. So, sehr kokett. Romantik. Doch, Körperwärme aufwärmen ist ja auch schön. Das ist doch auch schön. Leidenschaftlich nochmal knutschen. Und dann gibt's... Gibt's, gibt's Heiratsantrag machen. Leute, was macht ihr? Habt ihr den Strand gebucht, oder was hier? Aber räumt ihr ja wieder auf? Ja, das meinen wir schon. Die macht es gleich? Liebe Angela, willst du meine Frau werden? Oh ja, natürlich. Yay. Ach, wie schön. Oder die zwei, die werden heiraten. Yo. Sehr schön. Da nehmen wir wieder das Greedys. Trulla ist im Weg. Wow, jetzt geht's hier aber ab. Wow. Ach, schön. Und Noel ist schon wieder krank. Ja, oh, was hast du denn immer? Oh wei, oh wei. Jetzt haben wir keine, keine Dinge hier. Keine Medizin mehr dabei. Falterfisch. Qualitätsfaul. Scheiße. Alles faulig hier. Ja, gut. Also, da es euch dann wieder ein bisschen besser geht, gehst du jetzt nochmal pieseln. Und dann müssen wir, glaube ich, noch angeln, ne? Oh ja, wir müssen 20 Fisch angeln. Fischarten angeln. Ähm, zusammen angeln mit der Angela. Es wird ja wieder Tag. Ah, du bist müde. Dann kannst du mal, kannst du mal hier, ähm, schlafen. Schlafen, hier schlafen. Genau, du gehst nicht angeln, Mädchen. Warst du schon pieseln? Du warst noch gar nicht pieseln, Mensch Noel. Sondern du gehst schlafen. Noelle, Angela hat sich soeben mit Noelle verlobt. Juhu. Verlobung, verlobung. Angela schläft hier. Pass aber auf, dass dich der Noelle nicht fängt hier. Million Frauen angeln, Noelle. Du hast dich schon geangelt. Wortwitz, haha. Okay. Ja, so weit angelst du nicht, oder? Was hast du denn da am Haken? Wie das schwer ist da? Oh, ein Holzstück hier. Platz, den wollen wir nicht haben. Yay, das grüne Herz hier leuchtet auf. Ich finde es voll schön, dass der so ein grünes Herz dann hat. Wird er die Kringelpockenkrankheit hier, oder was? Mann, oh, der war erst krank. Der war erst krank. Wahrscheinlich, weil es so kühl ist hier, ne? Na, heute wird es auch noch windig. Hm. Da fühlst du dich wohl mit den Fischis, ne? Denk ich mir doch. Denk ich mir doch. Wow. Geht in die Sonne auf. Ich glaube, da hinten irgendwo. Oh. Fühlen sich wohl bei dir, die Fischlis. Noelle angelt sich eine Meerjungfrau. Wow. Wow, so ein Schwertfisch da. Manometer und so ein komischer Beißer mit Plumberb oben drauf. Mit Plumberb legt. So, und Goldfisch hat er auch noch geangelt. Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen uns ranhalten hier, ne? Bisschen uns ranhalten. Aber ich glaube, du bist ja Frühaufsteher. Oder haben wir Abend? Doch, Frühaufsteher. Frühaufsteher können besonders gut am Morgen Fähigkeiten erlernen. Bonus-Merkmal. Pfadfindereignis ist natürlich auch perfekt. Machen den Erwerb weiterer Fähigkeiten ein wenig leichter. Sammler haben wir auch noch. Häufiger-Seltenes, Sammler-Objekte. Perfekt. Hinter Inseln. Spirituelle Verbindung mit der Insel. Oh, jetzt geht die Sonne auf. Oh ja, wir können doch die Elementarwesen mal herrufen. Das können wir auch nochmal machen, du. Das haben wir noch gar nicht richtig gespielt. Das Gameplay, das ist relativ unbekannt uns noch. Oh, und? Hashtag Grünfisch. Sehr gut, Level 8. Noelle ist jetzt eine feste Institution in der Gemeinschaft der Angler und überall bekannt. Das behaupten zumindest die auf Angelschnurblinker.sim. Was? Noelle kann jetzt anderen Sims das Angeln beibringen. Verbreite dein Wissen. Noelle kann jetzt den gefährlichen Korallendrachenkopf fangen. Wow. Ein Mahi-Mahi hast du gefangen. Jetzt haben wir mal mit Köder angeln. Ich glaube, das ist besser, ne? So, wir haben sie dann den Wunsch erfüllt. Machen wir den Wunschbarsch. Was willst du denn hier noch? Angela knuddeln. Und Kokette SMS schicken. Ähm, SMS. SMS. Wo ist SMS? SMS schicken. Ähm. Machen wir an die Lea eine SMS schicken. Aber wieso kannst du keine Kokette SMS schicken? Oder ist das also auch automatisch Kokette? Hm. Gucken wir mal ins Notizbuch. Küssender Gurami haben wir auch. Kuppi, Thunfisch, Buntbar. Schön, da geht doch einfach ran, oder? So, und dann gehst du jetzt mal kurz Pieseln, bitte. Hast du jetzt eine SMS geschickt? Hast du egal, nicht hier, ne? Da ist es doch. Kokette SMS schicken. An die Angela schläft, oder wat? Ist aber ungünstig. Ist aber ungünstig. Jetzt hat er den Wunschkuckett SMS zu schicken und die Angela ist ja nicht verfügbar. Ist aber doof. Das schickst du mal an den Makua Kalosau hier. Der fragt sich, was soll der denn jetzt von mir? Ja. So, ein hübsches Mädchen. Der Abdruck da ist voll mies, ne? Ja, heute ist echt windig. Das Rauschen kommt nicht von meinem Ventilator. Ja, Transi von der Einhörer, Mann. So. Ja, wir müssen dann auch wieder zurück. Wir müssen auch noch an den Jungs gucken. Wir müssen auch mal hier gucken, um sich zu kümmern. Auch mal ein bisschen sagen, ne? Ist ja nicht so schlecht. Sehr schön. Die schläft hier noch. Komm, wir müssen hier noch mal in Kühe angeln. Oh, er wurde befördert. Wie toll. Barschi auch noch. Wir arbeiten von zu Hause. Was müssen wir denn heute machen? Zum Naturtechniker. Er hat einen Artikel über Naturschutz, kann er jetzt schreiben. Oh. Die Wildnis von Muelpel am Erforschen. Erforschen die tropischen Pflanzen auf dem Wasserfall, die Höhle, Algen oder Angelstationen. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch der Beförderung. Möchtest du heute Abend feiern? Aha. Oh, oh. Und den Jelle zum Essen hier geschickt. Und etwas pflanzen will er auch noch, der Naturbursche. Ja, sehr gut. Dann machen wir das doch auch. Da müssen wir uns aber ranhalten. Jetzt bist du schon müde, ne? Müssen wir das hier erforschen? Hier, guck mal hier. Erforschen. Mach das mal bitte doch. Ja, das musst du jetzt zuerst machen. Was ist denn das für einer hier? Ein Senior. Das ist ein Gärtner. Das sieht aus wie ein Gärtner. Sind schon die Kinder wieder unterwegs hier. Guck mal an. Hier. Oh, guck mal. Die haben den Tiki-Gartenzwerg hier gemacht. Dann können wir nochmal... Was müssen wir noch untersuchen? Hier, was beim Wasserfall oder was? Da ist hier untersuchen, oder? Erforschen. Ähm, und die Taros tun wir auch ernten. Ja. Erforsche die tropischen Pflanzen, den Wasserfall, die Höhle. Können wir auch erforschen. Können wir nicht erforschen. Probe nehmen vielleicht mal, oder? Nehmen wir mal eine Probe. Die kann man erforschen. Wieso kann man den Wasserfall nicht erforschen? Hm. Hm. Noel hat jeden Winkel danach gesehen, aber konnte nichts finden. Okay. Ähm, dann gucken wir mal beim... Was? Beim Vulkan, oder was? Im Wasserfall die Höhle Algen oder Anangelstellen. Wo sind denn bitte Algen? Wo sind die Algen? Sind das Algen, oder was? Ist das Algen? Hier ist Algen. Das sind Algen? Ich dachte, das ist irgendwelche... Irgendwelche ekelche Matschekacke. Das sind wahrscheinlich die Algen da, ne? Es plaudert auch nicht mit dem Gypsy hier. Boah, bist du jetzt braun hier? Mega, man. Man, die ganzen Gärtner hier. Essen meinen Krams hier auf. Frechheit. Haha. So, ab geht die Post. Komm. Bloddy Karoddy. Lieber Noel. Jetzt sollten wir mal auch ein Chatsky irgendwie holen. Das bringt's voll, glaube ich. Von A nach B zu kommen. Und... Guck mal hier am Tablet. Was ist das hier? Mal erforschen. Ja. Ja. Bodenbeschaffenheit. Wasserzustand. Schichten. Verteilung. Regen. Menge. Und hier. Da die Blättergröße. Wie hat sich das entwickelt? Man weiß es nicht. Muss ich nochmal kommen. Haha. Ja, wir sind mal was notieren hier. Ja, etwas pflanzen muss er auch noch. Ui, und die Antela schläft. Na, hast du eine Schatzkarte schon gefunden? Wir können mit dir nochmal in die Höhle gehen, weil die Leute haben kommentiert, dass das hier am sich vervollständigt, das Bild, je mehr man das erkundet. Das ist ja mal toll. Das würde ich jetzt mal machen. Beim Notizbuch haben wir auch was Neues mit der Taro. Okay. Durch sorgfältige Beobachtung. Kontinuell feststellen, dass eine invasive Spezies das Objekt dazu gefallen hat. Ich besprühe, dass der Deck in die Invasion uns in der Kontrolle zu bringen. Eine invasive Spezies besprühen wird bei Level 3 der Naturschutz zur Karriere freigeschaltet. Können wir das schon machen, Noel? Das ist, glaube ich, ganz gut dann, oder? Dann können wir das doch besprühen. So. Und was hat es mit den Algen auf sich? Guckst du mal hier rein. Erstmal alles angucken. Bevor wir dann da proben, nehmen wir uns. Das kommt bestimmt später noch, oder? Nehme ich mal an. Wenn man die Insel dann reinigt, dann wird das alles schön sauber dann sein. So. Ding 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 ding. Sehr gut. Ja, geh mal rein, komm, trau dich mal. Trau dich. Trau dich. Schade, dass wir die ganzen Steine und so nicht bekommen haben zum Bauern. und das wäre voll Traum gewesen. Nell hat jeden Winkel nachgezogen, konnte bei der Algenteppichstudie aber nichts finden. Ja, komm jetzt mal. Wasserfall, die Höhle. Aber wieso kann man den Wasserfall nicht untersuchen? Machen wir mal Probe nehmen hier. Probe nehmen und ein Foto machen. Ist das auch untersuchen oder was? Ja. So, Sprüderzeug, ganz genau. Seltsamer Krach. Das war jetzt von mir der letzte Satz, die letzten. Ja. So, und man muss dann jetzt mal hier doch mal was hier. Probesche Pflanzen, den Wasserfall, die Höhle. Mh. Haben wir schon erforscht. Müssen wir mal hier nochmal, was ist das hier? Aufräumen. Das ist nicht erforschen. Wir müssen schon, glaube ich, erforschen. Dann müsst ihr das hier mal erforschen. Dann kannst du ja da auch mal ernten, dann nochmal die Ananas. Das hat jetzt auch nichts gebracht am Wasserfall, ne? Nee. Naja, gut. Naja, gut. Du bist jetzt auch schon langsam müde. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Fairness von Köln. Als Angela die Höhle mit einer Taschenlampe ausleuchtete, entdeckte sie etwas Glitzerndes an den Felsen über ihr und entschied die rutschigen Steinwände hinauf zu klettern, um nachzusehen. Sie gelangte schnell die Wand hinauf. Doch genau in dem Moment, als sie nach dem Objekt greifen wollte, dass sie von unten gesehen hatte, rutschte ihr Bein ab und sie stürzte auf den Boden. Zum Glück hat sie sich nichts gebrochen, habe ihr Stolz war schon etwas angekratzt. Kannst du nach Tieren suchen? So. Was machst denn du jetzt, du Chiller? Du sollst ja noch ein bisschen arbeiten, ja? So chillt er hier auf dem Boden. So, du musst hier nochmal, wo ist denn die Pflanze jetzt wieder hin? Ist die schon wieder rausgerissen, oder was? Die war doch hier irgendwo, bin ich jetzt doof? Die war doch hier doch gerade eben. Wo ist sie geblieben? Das ist jetzt aber ungünstig. Da ist noch eine, guck mal hier. Erforschen und dann alles ernten. Kokosnuss. Ach, die ist wahrscheinlich gewachsen, deswegen. Das läuft so wieder außen rum. Ich dachte schon, das ist die Angela. Als Angela, einen Moment, ähm, Echo, Schritte, Delfine, das haben wir schon mal gehabt. Ah, die haben mir den Fisch geschenkt. Ja. So, ich lasse dich nochmal erkunden hier. Verspielte Delfine, yay. Bindelalgen, das haben wir auch schon gehabt. Das wiederholt sich ja alles so dumm. Entschuldigung, aber ich glaube, was soll das denn? Ja, ich glaube, das war auch die Pflanze. Ich habe mich nur vertan. Mal gucken, ob es da noch irgendwo was anderes gibt. Gibt es da noch irgendwo anders Algen oder so? Das ist auch Algen, oder? Es ist halt windig hier. Hier können wir nochmal, guck mal, hier geht es nochmal hier. Erforschen. Komm. Höhlen-Graffiti, beim Erkunden der Höhle am Strand entdeckte Angela, oh, es geht wirklich voran hier. Eine von Touristen und Teenagern mit Nachrichten begritzelte Wand. Sie beschloss, es ihren Vorgängern gleich zu tun und bei einem Verlassen der Höhle ebenfalls eine Botschaft zu hinterlassen. Jetzt ist ihr Name für zukünftig unerschotten Höhlenforscher für ewig. Cool. Komm, du kannst es nochmal erkunden. Ja, komm, du kannst auch in der Höhle pieseln, oder? Und du? Gehst, du machst nur noch ein Mädchen, der schläft auch gleich ein, oder? Ja. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass der Wasserfall nie irgendwie in der Sonne ist. Ich habe es schon die ganze Zeit geguckt, aber nie ist er hier irgendwie in der Sonne. Das ist so ein bisschen blöd. Ein bisschen schade. Der Wasserfall hoch. Was ist denn da oben noch? Oh, Chicka. Wah, wah. Wah, wah. Ja, wir gehen gleich nach Hause. Er muss es halt noch fertig schaffen hier, ne? Was hast du denn hier noch? Komm, das schaffst du jetzt noch. Etwas pflanzen müssen wir noch. Können wir hier was pflanzen? Kann man hier was Wildes pflanzen? Können wir hier pflanzen, pflanzen? Licht im Dunkeln. Kurz vor dem Ende der Erkundungstour von Angela entdeckte sie einen Lichtstrahl aus dem Durchgang über ihr hervorbrach. Abgelenkt und nicht darauf achten, wo sie in Kintrat burzelt in einen unduellen Fluss. Da Angela total durchnässt war und das Licht bereits vergessen hatte, beschloss sie sich, das Abenteuer lieber abzukürzen, anstatt mit nasser Kleidung weiterzumachen. Ach, du bist eine Meerjungfrau, Mädchen. Kann man hier was ernten? Hier, guck mal, Taro, kann man das da hinschmeißen? Kann man nicht, oder? Schade. Kann man das irgendwie, kann man nicht pflanzen? Ja, kann man nicht pflanzen. Konnte nichts finden. Oh, du findest auch nix hier. Geh mal, ähm, hallo, geh mal raus aus dem Wasser, bitte. Du bist todmüde. Ich hab wohl Angst um dich. Noel. Noel, 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 bitte nicht schwimmen, wenn man müde ist, das ist tödlich. Komm, wir räumen das Zeug hier auf noch. Ja, jetzt müssen wir nochmal was überlegen. Das mit den Pflanzen hat so gut geklappt. Vielleicht kriegen wir da oben nochmal eine. Ih, jetzt auch voll die Matschikacke. Äh. Müssen wir nochmal hier untersuchen. Da gibt's nochmal bestimmt irgendwas. Da war doch was hier, ne? Guck mal, hier kannst du noch erforschen. Lass mal den Müll doch liegen, ja? Lass mal den doch erst mal. Da müssen wir den später noch wegfreuen. Angela! Was sah Misha? Aber ich habe ja, dass du dich verlobt hast. Herzlichen Glückwunsch. Freue mich so für dich und Noel. Du willst dich nur selber einladen für die Hochzeit. Du gehst mal bitte nach Hause, Angela. Noel quäle ich noch ein paar Minütchen. Ja. Folge ist eh gleich vorbei. Komm, wir packen das. Yo, wir schaffen das. Es kann ja nicht so schwer sein, drei Dinger hier zu erforschen. Mensch, Noel, es gibt da bestimmt gleich um, wie ich dich kenne. Julian, du musst in einer Stunde bei der Arbeit sein. Auf, wie mit, Gabriel. So, komm, das schaffen wir noch. Auf, 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 auf. Was tut man nicht alles für die Natur? Und wir haben es geschafft. Yay. Und Totenbüde ist er. Ja, das war es dann auch für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen hier mit unserer Insel Clay-Familie in Sulani. Heute waren wir hier oben auf dieser Insel. Nächstes Mal geht es wieder weiter hier im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt auch noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis dann. Dankeschön. Ciao.